heute gibt es kaboom 80 cent einsatz mal gucken ob wir einen bonus kriegen hier das war er noch nicht auch nicht wo bleibt unser bonus hier keiner mit drinnen ach zwei bomben brauchen wir rechts und links das wäre nicht mal richtig spendabel hier rechts müssen wir mal mitnehmen sind wir gleich bankrott hier Blink. Jetzt aber los! Oh, wieder nicht! Nicht so wohl mir an der Kiste! nicht einmal den Bonus hier, ey. Auch nicht. Gut, das war einmal nichts. Auf zum nächsten Spiel. Und hier geht's weiter mit Win Blaster. So, volles Risiko, 2 Euro Einsatz, hopp oder top. Gucken wir mal, ob hier ein bisschen Spannung auftaucht. Und hier geht's die fern. Wow, das knallt da so weg, ohne mit der Wimpern zu zucken, hier 16, mit Sincer. Na das ging aber mal schnell, tschungi, Junge, Junge. Und hier geht's schon weiter mit Triple Flame, 1€ Einsatz. Mal gucken, wie lange wir hier durchhalten. Oh, das war die Flamme, bitte danke. Was ist denn heute hier los, Mensch jetzt Kinder? Da fehlt was. Das ist Übel. 20€ alles. Durchgerauscht. Auch ein Schuss in den Ofen. Und jetzt gibt's hier noch ein Rundchen. Velvet Launch. So, hier fangen wir mal mit neuen Ohren. Ah. Drei gleiche, brauchen wir mal. Da gibt's eine Niete. Ja, los. Ach. Jawoll. Naja. Wurde ja auch mal Zeit. 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 Das war voll das Ding hier. ja los ja man na ja wunderbar 75 schönes Ding nehmen wir natürlich mit so einmal auszahlen bitte sind wir durch für heute macht's gut bis zum nächsten Mal